Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Wir sind jetzt immer noch am Filmtrupp, aber auf einer neuen Map. Guck mal, wie es jetzt hier läuft. Jupp, mach mal einen Schalter ein paar drauf. Ne, man, weil dann, du brauchst schon mal, die MP5 braucht schon so, wie es lange die zu töten. Ja, und? Und vor allem, wenn ich von hinten, also euch Support gebe, dann macht das keinen Sinn, weil dann überrennen die mich einfach. Focke, denkst du echt, dass du jetzt Backspielen willst? Egal. Ich meine, ich behalte eh Kapkan, ich glaube, die Fallen sind das Wichtigste, was du mitten in den Game hast. Fallen beim Verteidigen. Und meine Docks, und meine Docks trotzen. Na, die sind hilfreich, wenn du alleine bist. Oder wenn wir gerade keinen Heal holen können. Oh ja. Back hat halt die eingebaute Shotgun. Ach, das. Der war jetzt weggeknallt. Ist das nicht mit dem Haus? Ja, du musst dich, du musst dich, ja. Ja, du musst dich, du musst dich. Mit der russischen Kapsel? Ja. Ah, legt mir doch die. Na dann, ich nehme wieder die Piste. Da, rechts. Lebt noch. Alles gut. Dauert nur eine Weile, bis sie tot sind. So. Nice. Wir spielen die Map mit der Kapsel, die man vor uns versagt haben, beim Haus. Ja, mit dem Ding. Warte, das ist doch hier noch nicht. Habe ich schon gedacht, deswegen habe ich mich nicht echt genommen. Weil ich hier nicht schnell rumrennen muss, deswegen habe ich backen und... ...dass er sich am Ende in dem Haus schnell umschalten kann. Bei meiner Gnade. Ich habe vorhin gerade so ein Dingsspacko hinterher gelaufen. Au. Au. Ah, man, die zu... Selber rauben wie vorher? Ja, die anderen Video. Ne, das sind echt neu verteilt. Schade. Witzig. Wo kommt ihr noch? Auf dir. Absolut gut, wir müssen rüber. Ich mache nochmal hier mit. Ich habe gerade doch ein bisschen was abgetriegt. Ja, genau. Äh. Ihr habt die Sprengladung. Euer nächster Saalpunkt. Ihr ist Patienten ins Haus. Ich verzeichne mehrere Feinde im Anmarsch. Oh ja. Joku ist richtig kacke positioniert. Wir kommen ins Sala. Wir haben gerade keinen Bock, der uns mit. Ja, der Fett ist da. Ich nehme den Fett mit. Ist der Fett schon da? Ja. Der ist da, der ist da, der ist da. Hab ihn. Ich nehme nochmal. Er kommt. Er hängt. Messer. Deine renn weg und belebe mich später wieder. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Können wir schon jemanden wiederbeleben? Bin dabei. Danke. Können wir uns durch das Outen. Ich trete mich noch auf das Outen. Lade nach. Jo. Äh. Komm her. Ich nehme ab. Ich nehme das Auto. Ich wechsle das Magazin. Er ist angeheckt. Ich messer ihn. Nice. Ja, Mann. Gut. Reins restaurant. Eine Feindbewegung bei eurer Position geht weiter. Nächstes Mal stellen wir fallen auf. Obwohl ich nehme mal hier noch sieben mit. Verstand kam. Nächstes Mal stellen wir fallen auf. Eine Menge ist halt. Position aufgestattet. Da hatte ich vor uns. Erich war das viel geileres. Sag irgendwie. Es kommen noch mehr Zombies Miner. Und dann sagt Erich sein Smoked. Du bist echt ein Spaßvogel. Mein hat vorhin nur gesagt. Back 1. Zombies 1 backen. Ja. Halloween wird hier so richtig. Back 1. Zombies nur. Halloween wird hier so richtig. Ich bin halt große Russen. Ich bin halt große Russen. Ich bin halt große Russen. Ich bin halt wirklich auf den Hocken. Und da sind wir noch. Da drüben links. Links links. Deshalb leider. Hammer. Oh, die Schelden verbringen echt viel. Da ist ja noch am Haus. Oder? Egal. Einfach dran vorbei. Ja, nur auf der Pistel bringt nicht viel. Ja. Kannst du hier bestimmt. Du kannst hier durchs Gitter holen. Ja, das stimmt. Ganzes Vieter geht durchs Gitter holen. Das ist ja los. Wir sind. Da drüben. Da sehe ich durchs Dinges nicht mehr. Da. Da ist ja einer. Gut. Bei dir. Bei Joki schmier die Party ab. Ah, ist gut. Es gibt irgendwie so ein Talisman, wenn du 200 solche Explosionsfiecher. Ja, solche Springer killst. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich habe schon... Ich glaube, ich habe jetzt fast 100. Okay, weiter. Achso. Oder das nächste. Okay, ist... Bei Wohl. Da noch jemand. Habe ich. Jetzt kommt wieder so ein Vieh. Da vorne ist noch einer. Alter, ich kann die Typen markieren. Die kommt erst, wenn wir das aktivieren. Ja. Ja, komm, Fahrt. Tuma. Alter, ihr könnt... Leute, ihr könnt diesen Typen markieren, wenn ihr, äh, rechtes Steuerkreuz-Rechts macht. Ich würde mir einen Moni. Habt ihr gehört? Ihr könnt dieses Ding machen, wenn ihr Steuerkreuz-Rechts macht, könnt ihr die Typen markieren. Da werden die so orange umrandet. Das ist einer. Der Moni ist ohne Fall. Der Steuerkreuz-Rechts. Ja, normal mal hören. Ja, wenn du auch so ein Typ bist. Ja, so. Wenn du so machst, auch so ein Typen, wird auch orange um... Geht los. Das sollte gehen. Weiter vorrücken. Oh Gott, wie ein Hornissen-Nest. Lasst keinen von ihnen stehen. Ah, der... Nee, es ist eine Schlange. Es war eine Schlange. Focke. Da müssen wir so grad dran. Es war vor uns die Schlange. Die haben wir vor uns gespielt haben mit Eric. Der Fette kommt erst mal am nächsten bei uns. Nee, ich glaube, die werden random zugetailt. Ja, die werden random zugetailt. Es wird random zugetailt. Die Bosse. Die ihr kriegt. Aber schade, finde ich, es gibt noch keinen echten Boss. So was wie, äh... Ja, halt jetzt zum Beispiel... Äh, jetzt einen Ehen-Typen, der als erstes infiziert wurde, oder? In dem Krankenhaus zum Beispiel, irgendeinem. Es gibt nur diese Basic-Dinger. Boomer. Ja. Wo ist die Schlange? Ich bin schon. Ich will mir hier... Es kommt gleich sowieso. Ja, und? Dann wisst ihr, was ich nicht verstehen kann. Wenn du mit echt jemanden Kills... Ja. Wenn du mit echt jemanden Kills... ... und... ... er kommt ja oben dieses... ... also mit dem echt Larder, ne? Mit diesem... ... mit diesem Granatwaffer... ... kommt oben dieses Symbol. Aber wenn du mit der Backschrott jemanden killst, ... kommt die normale Backwaffe. Mach das wie immer zu. Unser Patient hat wirklich gerne... Immer auf. Manche glauben, dass sie sich vor sich selbst schützen können... Hat jeder... ... Kenny, ist er aufgefüllt? Na klar, ich hab ja noch alles. Ich hab alles vorne aufgefüllt. Hier, hier das Haus, ne? Da müssen wir reinfließen. Na ja, das Haus, wo wir erstmal... ... das Haus, wo wir dann den ersten Akt werden. Und wir erstmal alle hier wundervoll... ... weggezogen. Alter, bei mir sind sie hier im Überfluss, Mann. Oh, ich muss mal kurz weg. Jo, was ist denn los bei dir? Alles weg. Easy peasy. So, wo müssen wir hin? Ach, du Scheiße, ja, stimmt. Zumachen, ich muss uns meine Fallen anlegen. Denkt dran, hier hinten können wir nochmal Granate und Bomben und alles holen. So viel zumachen wie noch möglich. Wir gingen auf die Treppe, ne? Wir waren bei der Treppe. So, weil ich mich aber nachher... ... Fenster alles verbarrikadieren. Wenn sie sich abseilen, erleben sie eine Überraschung. Okay, ich habe alle meine Fallen verteilt. Muni habe ich, Dings habe ich. Dann lege ich mal hier noch irgendwo C4 hin, an die Tür. Ich bin weg, Jungs. Ne, warte, hier muss noch zu. Nein, ich muss halt... ... Granaten, wenn ich die Granaten mal fülle, fülle. Warte mal, warte mal. Also bei den Granaten sind wohlfüllt es die Muni für meine Sprache. Wenn wir fertig sind, kann ich mir da jetzt die Heel holen? Ist eigentlich egal, hier nachher die nächsten Map geladen. Okay, ne, da kann ich es ja eigentlich machen, ne? Ja, klar. Wartet, ich mach die, ich mach die. Los, Leute. Treppe am besten, ne? Ja, ja, die Thermal-Ladung, zehn Minuten dauert. Fucker. Kommt, nicht hier unten stehen, nach oben. Geht über. Ja, mal, mit perfekten Deckung. Die kommen jetzt links rein. Oben. Fenster. Hinter dir, hier, Karten. So, alles weiter so. Knie über die am Fenster. Okay, gut so. Partner. Da. Tschüss euch. Okay, von oben kommen, Leute. Sag, wenn man unten an der Tür ist. Gibt weg, oder? Tür. 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 Hier ist ein Vetter drinne. Ja, Alter, alles da. Lauf. Wartet. Erst mal bauen. Jetzt oben, der ist oben, der ist ein eigenes Maß. Ja, ich weiß das, der oben. entgekillt. Komm mal mit, ich brauch Muni und hier erst mal, oder? Der ist nicht mehr ohne. Genie, der kommt. Ich nimm ihn. Er kommt. Er kommt. Ab'n. Doch nicht. Irgendwie hat das nicht gefallen. Der kommt jetzt. Ich mach jetzt wieder ran. Yo, der ist bei Yo. Ich hab 5 HP. Ich hab keine Muni. Ich hab nichts zu tun. Warte, das KT-Kanade genau ist. Er kommt zu mir. Er hat genau von mir gebremst. Warte, er kommt. Hä? Als irgendwie genau ein Loch drin ist. Okay, ich fülle schnell auf, dass er daneben hier. Schau auf. Der ist bei Yo. Okay, warte mal. Er kommt hier hin da, ja? Jo. Ich hab keine Muni mehr. Äh, wo war ein Muni? Da. Geh hin, fliegt da hinten. Ja, durch. Komm mal schon Muni. Das kann ich mit dem Typen. Schneif ihn einmal. Einmal brauchen wir noch. Okay, dann muss er noch. Kenny, du musst mal hier decken. Ich muss auch Muni nachholen. Ich mach den, es kann ich. Fuck you. Tod. Weg, haben wir. So, Jungs. Okay, Bereich gesichert. Der Tunnel führt durch zum Herzen des Schottplatzes, wo alles ansehen. Gut, da hat eins beendet. So, und damit was ich wirklich schon sagen. Damit endet wieder eine Folge von Rainbow Six Siege. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.